In den kommenden Tagen erwartet uns wieder ein extremer Warmluftschub aus dem Südwesten Europas. Und das bedeutet nichts anderes, als dass es mit sommerlichen Werten bei uns weitergeht. Bevorzugt es natürlich der Südwesten. Und es gab ja auch schon regionale Temperaturrekorde für den Monat Oktober. Und vermutlich purzeln auch wieder weitere angesichts dieser Luftmasse, die da auf uns zukommt. Jetzt kommt aber erst einmal kühlere Luft zu uns. Und da bildet sich auch eine Luftmassengrenze am Wochenende aus. Zum einen strömt kalte Luft aus Norden Richtung Süden. Auf der anderen Seite kommt von Südwesten bis Westen eher die wärmere Luft nach Deutschland voran. Und dann wird die Warmluft vorübergehend mal zurückgedrängt, ehe sie dann in der nächsten Woche mit kompletter Wucht wieder zurückkommt zu uns nach Deutschland. Und selbst über Spanien gibt es ja aktuell Temperaturrekorde 37, 38 Grad. Und in abgeschwächter Form kommt eben diese Luft zu uns an, sodass auch knapp 30 Grad bei uns wieder möglich sind. Aber erst einmal der Blick zum Samstag. Gerade eben gesehen erst der Regen im Norden, dann am Sonntag ein bisschen weiter ausgreifen in Richtung Süden. Und damit einhergehend auch der Temperaturrückgang. Es ist noch nicht so ganz klar, wo da genau die Grenze verläuft. Aber was sicher ist, es wird im Norden und im Nordosten am Samstag nass und windig. Sonst scheint nach lokaler Nebelauflösung die Sonne. Die Temperaturen, die steigen auf bis zu 25 Grad im Südwesten. Rund 15 Grad sind es nur im äußersten Norden. Dann kommen die Regenfälle in abgeschwächter Form nach Südwesten voran. Und dann wird es sehr wahrscheinlich im äußersten Südwesten nochmal 25 Grad geben, sonst durchaus mal 10, 12 Grad weniger. Und die neue Woche, die beginnt dann im Südwesten schon wieder mit bis zu 28 Grad und ganz viel Sonnenschein. Und dieses Wetter, das setzt sich fort. 26, 28 Grad werden die meisten von uns im Süden erleben. Und regional sind sogar 30 Grad nicht ganz ausgeschlossen.